Die Spuren der Operation sind noch sichtbar, doch der kleinen Luna scheint es gut zu gehen. Das Baby aus Florida wurde mit einem ungewöhnlich großen Pigmentmal geboren. Ihre Mutter flog mit ihr ins russische Krasnodar, um das Mal von einem Spezialisten entfernen zu lassen. In einem ersten Schritt wurde ein Teil des Mals auf der Stirn mit Laserstrahlen entfernt. Große Pigmentmale können ein Hauptkrebsrisiko sein. Die Operation war der erste von schätzungsweise sechs bis acht Eingriffen. Sie kosten jeweils etwa 25.000 Dollar. Über eine Fundraising-Kampagne sammelte die Familie bisher etwa 60.000 Dollar.